Ja, herzlich willkommen beim Vortrag von Shareholder Value Management. Mein Name ist Heiko Böhmer und alle, die heute hier sind, die gucken auf den Free Lunch. Denn wir sind kurz vor der Mittagspause, aber bei uns geht es darum, was im Endeffekt an der Börse als Free Lunch da ist. Ich möchte noch ganz kurz auf etwas anderes hinweisen, denn wir sind ja auch mit der Firma unterwegs, mit dem Fondsgipfel in Deutschland. Und ab nächste Woche geht es wieder los und da ist ein großes Thema für uns, das Thema Wahlen. Wir haben es schon mitbekommen, USA, gestern die Entscheidung in New Hampshire. Kurzfristig ist das Thema Wahlen ja eigentlich etwas, was in den Börsen keine, keine große Rolle spielt. Aber mittel- bis langfristig sind wir gerade jetzt in einer Zeit, wo man wirklich genauer hingucken muss, wie sich das Ganze entwickelt. Auch grundsätzlich die demokratischen Verhältnisse beispielsweise in den USA, aber nicht nur dort. Denn wir haben ein Rekordwahljahr in diesem Jahr, 4,2 Milliarden Menschen sind dieses Jahr zu maßgeblichen Wahlen aufgerufen. Also wirklich etwas, mit dem wir uns näher beschäftigen. Ab nächste Woche auf den Fondsgipfeln werde ich in den Vorträgen genauer auf das Thema eingehen. Aber jetzt Bühne frei für Frank Fischer und erklärt Ihnen, wo es den Free Lunch an der Börse gibt. Herzlichen Dank. Danke Heiko. Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Ja, es ist toll, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben, weil eigentlich gibt es ja gar keinen Free Lunch an der Börse. Das ist ja ein bisschen provokant, dass alle sagen, es gibt keinen Free Lunch. Akademisch ist es so, dass unterstellt wird, dass man nicht irgendwo am Markt von einer Überrendite profitieren kann. Und ich behaupte, das ist Quatsch. Und das möchte ich Ihnen gerne zeigen und ich möchte Ihnen gerne mitgeben, warum es diesen Free Lunch gibt und warum es ganz natürlich ist. Das wird Ihnen auch wirklich einleuchten, warum dieser Free Lunch auch stabil bleibt. Über Jahrzehnte kann man diese Renditeanomalie für sich nutzen. Und sie ist der wesentliche Bestandteil des Value Investings. Es ist so, dass es ganz menschlich ist, dass das Element der Hoffnung und auch die Gier, dieser Wunsch nach, ich möchte ganz schnell reich werden und es ist ein Heils, ein Glücksversprechen, wenn ich auf den nächsten Hot Stock setze, am besten irgendeine künstliche Intelligenznummer oder die nächste Tesla. Und damit bin ich über Nacht der Lottogewinner. Und genau dieses Element, dieses Impulshafte führt dazu, dass die Menschen einfach gerne zocken. Das ist genauso wie beim Lotto oder wenn sie ins Casino gehen. Und dieser Antrieb ist so stark, dass die Menschen dominant so handeln. Und im Durchschnitt ist das, was dort passiert, eine unter dem Markt liegende Rendite, was resultiert als Konsequenz daraus. Und das erlaubt denjenigen, die darauf nichts setzen, die Überrendite. Und das ist etwas, was sich eben der Value Investor zunutze machen kann. Und wir nennen das Modern Value Investing, diesen Stil. Jetzt ist es so, dass eigentlich ganz klar ist, akademisch wird immer gelernt, hohe Rendite, das geht nur bei hohem Risiko. Und das ist auch das, was man eigentlich grundsätzlich immer so denkt, das muss ja so sein. Und das stimmt gar nicht. Es ist nicht wahr. Wenn man sich anschaut, wo man die hohe Rendite bekommt, dann ist es so, dass man sie eben im Durchschnitt nicht mit dem Zocken und mit dem Wunsch nach dem Lottogewinn bekommt, sondern mit etwas, was dieser menschlichen Neigung widerstrebt. Und dieser impulsgetriebene Ansatz zu investieren, ist das Rezept für eine unterdurchschnittliche Performance. Der langweilige Ansatz, das, was uns eben wirklich stabile Outperformance aus Qualitätsaktien, aus wunderbaren Firmen bringt, Das ist das, was langfristig einen tatsächlich die Chance gibt, Überrenditen zu erzielen und für den geduldigen Investor damit auch durchaus reich zu werden. Weil wenn Sie um die in der mittleren 10% Performance pro Jahr bekommen, dann ist es so, dass sich das alle fünf Jahre für Sie verdoppeln kann. Und da braucht man Geduld, das ist gar keine Frage, aber man kann damit ein richtig schönes Vermögen über die lange Zeit aufbauen. Diese wunderbaren Firmen, die das erwirtschaften, die belohnen Sie, wenn Sie Geduld haben. Es ist aber leider so, dass die meisten Leute diese Geduld nicht mitbringen. Und genau das ist die Chance, die man hat, um eben zu sagen, Mensch, wir gehen nicht auf das, was wir jetzt eben so, das Thema Growth ist ja etwas, was besonders in Inflationszeiten besonders riskant ist. Und Unprofitable Growth, also diese Wachstumsaktien, diese Lotterietickets, die sind die riskanteste Ecke, in die man nicht investieren sollte. Das muss man auch ganz klar mit auf den Weg geben. Das ist nicht investieren, das ist spekulieren. Und das ist ein Riesenunterschied. Zocken, wenn Sie möchten, also wir haben bei uns unten am Stand einen schönen Pac-Man, das ist die Art Zocken, die wir auch unterstützen. Aber ansonsten kann ich es Ihnen nicht empfehlen, dass es keine Erwartungswerte, die so sind, dass Sie damit eine Überrendite bekommen. Das sollte man nicht mit Aktien machen. Von daher haben wir eine Anomalie und das ergibt den Free Lunch, dass wir wirklich eine hohe Rendite bekommen mit niedrigerem Risiko. Und das ist etwas, was eigentlich in der akademischen Welt auch so nicht behauptet wird, sondern im Gegenteil, es wird falsch gelehrt. Und diese Anomalie, die kann man für sich nutzen. Jetzt ist es so, dass dieser Free Lunch nicht unentdeckt geblieben ist. Warren Buffett und Charlie Munger, der leider verstorbene Partner von Warren Buffett, die haben das schon lange begriffen. Und das Interessante ist, dass Charlie schon in den Ende der 90er Jahre gesagt hat, die Performance von Berkshire Hathaway kommt gar nicht aus den klassischen Value-Aktien, niedrige KGV-Preis-Buchwerte. Die kommt aus diesen wunderbaren Firmen, aus diesen Qualitätsaktien. Und das ist das, was Buffett gesagt hat. Ich kriege eine nachhaltige Rendite, indem ich einfach in diese wunderbaren Firmen zu einem fairen Preis investiere. Ich muss also bereit sein, ein etwas höhere Multiple zu zahlen, anstatt eben zu sagen, ich kaufe die nicht so guten Firmen. Und dafür, wenn ich die kaufe, kriege ich aber einen wunderbaren Preis. Das Motto, in diese wunderbaren Firmen zum fairen Preis zu gehen, das muss man eben umarmen und dann überlegen, wie nutze ich diese Chance auf den Free Lunchen, warum entsteht die überhaupt? Wenn man sich diese Qualitätsaktien, diese Unternehmen, diese wunderbaren Firmen anschaut, dann ist es so, dass die hoch zweistellige Kapitalrenditen haben, also 20 Prozent oder mehr. Und das ist das Ideal, was wir suchen. Und dann wachsen die auch noch mindestens mal mit zweimal Bruttosozialprodukt, also sowas wie 5, 6 Prozent pro Jahr. Manche wachsen auch noch mehr. Und das führt dazu, dass sie eben schöne Cashflows erwirtschaften. Und die teilen sie mit uns und sie nutzen sie auch zur Reinvestition. Und das ist so, dass diese Firmen in der Lage sind, aufgrund ihrer Marktstellung Renditen über dem Marktniveau zu erreichen, weil eine Kapitalrendite von über 20 Prozent ist schon verdammt gesund. Jetzt gibt es halt Firmen, die schaffen noch nicht mal ihre Kapitalkosten zu erwirtschaften. Die hängen bei 4, 5, 6 Prozent. Wenn man 8 bis 10 Prozent Kapitalkosten unterstellt, ist das das Problem. Wenn Sie jetzt aber eine Firma haben, die 20 Prozent pro Jahr Kapitalrendite erwirtschaftet, und sie macht das über lange Zeit, dann arbeitet für sie der Zinseseffekt. Und dieser Zinseszinseffekt, der bringt dann auch über den Zyklus einfach einen wunderbaren Ertrag. Das Schöne, weil die so Cashflow-rich sind, also die erwirtschaften so viel Free Cashflows, die sind typischerweise weniger riskant, weil sie auch eine bessere Bilanz haben. Die Verschuldung ist tendenziell geringer als bei anderen Firmen. Und auch hier ist es so, dass die akademische Welt unterstellt, der Manager kann entscheiden, wie viel Fremdkapital er aufnimmt. Und je mehr er aufnimmt, umso höher kann er die Eigenkapitalrendite hebeln. Die Wahrheit ist, dass die Firmen, die am meisten mit Fremdkapital arbeiten, die niedrigste durchschnittliche Eigenkapitalrendite haben, weil das Hebeln gefährlich ist. Da geht es schon wieder ums Zocken. Also schauen wir auf die Bilanzqualität. Und das ist etwas, wo man wirklich sagen kann, Firmen mit niedriger Verschuldung sind eben besser aufgestellt, auch in Krisenzeiten. Die brauchen halt nicht zur Bank gehen und müssen dann sich zu extrem hohen Zinsen verschulden oder zur Unzeit eine Kapitalerhöhung machen. Nee, die kommen da einfach locker durch. Dieser Ansatz zu sagen, überdurchschnittliche Erträge und eine moderate Bewertung. Also Ausverkaufspreise sind da selten, gibt es auch, aber meistens kriegt man diese tollen Firmen, weil wir nicht die einzigen sind, die verstanden haben, dass man so investieren soll, nicht zu diesen klassischen Extrembewertungen, die man im üblichen Value Investing mit niedrigen KGVs und Preis-Buchwert-Verhältnissen bekommt. Kriegt man nicht. Es geht los mit der Bruttomarge. Das Erste, was man als Value Investor sich anschaut, wenn man auf Qualität achtet, wenn man diesen Modern-Value-Stil umarmt, dann ist es die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn irgendwas gegen mich läuft? Wir haben das jetzt gerade erlebt, aufgrund der Ukraine-Russland-Situation, Energiepreise sind durch die Decke gegangen und plötzlich habe ich eben einen Impuls bekommen, wo ich eine Kostensteigerung habe, die 20 Prozent, vielleicht jetzt mal ein bisschen extrem, aber was bedeutet es denn, wenn ich eine klassische Value-Firma, hier in dem Fall auf der linken Seite habe und die muss diese Kostensteigerung verkraften oder ich habe eine Firma, die qualitativ hochwertig ist und die hat dasselbe Probleme der Kostensteigerung. Wenn ich eben eine höhere Bruttomarge habe, bleibt mir eben trotzdem mehr und ich bin gesunder unterwegs. Das ist eben der Ausgangspunkt, um zu sagen, habe ich vielleicht hier eine wunderbare Firma vor mir? Und das ist das, was wir auch umsetzen. Ich habe das jetzt mal beispielhaft für unseren Modern-Value-ETF. Wir haben ja seit 2020 einen Index und darauf dann einen ETF lanciert, wo wir dieses Konzept in Reihenkultur mit 25 Aktien jeweils 4 Prozent gleichgewichtet und quartalsweise rebalanced umsetzen. Und das Ziel dabei ist eben zu sagen, wir suchen Firmen, die eine höhere Bruttomarge haben als der Aktienmarkt. Das führt auch dazu, dass die dann eine höhere Kapitalrendite haben und sie können Zinsdienste besser erbringen. Und wenn ich jetzt anschaue, dass wir das eben versuchen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis, mal so eine banale Kennziffer, wir schauen typischerweise auf Free Cash Flow Yields, aber man kann es auch mit dem KGV machen, näherungsweise. Da wollen wir eben nicht weit weg von dem Markt sein. Also das ist das Rezept, was wir eben umsetzen wollen. Und jetzt ist die Frage, wie setzt man es idealerweise um? Buffett hat eben gesagt, wenn du auf diese Bruttomarge schaust, kann es eine wunderbare Firma sein. Aber noch wichtiger ist eben, lass doch bitte diesen Zins-Zinseffekt für dich arbeiten. Firmen, die 20 oder 25 Prozent Eigenkapitalrendite Jahr für Jahr erwirtschaften, da ist es so, dass der langfristige, geduldige Investor, eben nicht der Zocker, der wird belohnt. Und dann ist die Zeit wirklich der Freund und nicht der Feind für dich. Und das musst du für dich arbeiten lassen. Dieser Zins-Zinseffekt, der heilt wirklich sehr viel. Es gibt eben auch Firmen, die haben mal einen Zyklus und wenn da mal was einbricht, wenn ich mit der Rendite wiederkomme, dann glättet sich das sehr schnell aus. Es ist trotzdem wichtig, wenn man diszipliniert dabei bleibt. Ich habe jetzt hier mal zwei Firmen mitgebracht. Die klassische Value-Firma, wo ich eine niedrige Eigenkapitalrendite habe. Das ist die graue Linie, die am Ende sehr flach ausläuft mit 6 Prozent Eigenkapitalrendite. Und eine, diese wunderbare Firma mit dem Beispiel 20 Prozent. Selbst wenn ich diese erste Firma mit 50 Prozent Sicherheitsmarge, MOS heißt Margin of Safety, Sicherheitsmarge kaufe, ist es so, dass ich nach wenigen Jahren, wenn sich das wieder erholt hat, nicht mehr gut mit dieser Firma unterwegs bin. Wohingegen ich mit einer wunderbaren Firma, wo dieser Zins-Zinseffekt über die Jahre für mich arbeite, auf Dauer viel besser belohnt werde. Also die Geduld wird wirklich entsprechend so belohnt. Charlie Munger hat das ganz plastisch gesagt. Er hat gesagt, money is made by sitting. On your ass, hat er natürlich gemeint. Und es ist einfach nichts tun. Du kaufst diese wunderbare Firma auch mit Sicherheitsmarge. Das ist wichtig. Und dann einfach drauf sitzen und es sich entwickeln lassen. Jetzt ist es wichtig, dass man auswählt, was so eine wunderbare Firma ist. Und wir haben ja einmal die Vergangenheit, an der wir uns orientieren können. Aber wir müssen eine Einschätzung über die Zukunft treffen. Und das Wichtige ist, wir brauchen Wachstum. Also wir wollen gerne, dass diese Firmen in Wachstumsmärkten unterwegs sind. Und jetzt wollen wir hohe Kapitalrenditen. Und idealerweise aus dem Free Cashflow, den die bekommen, müssen die das Geld wiederum reinvestieren können. Idealerweise zu noch höheren Renditen. Also wenn sie 20 Prozent verdient haben und sie haben eben die Möglichkeit, effizient zu reallokieren und weiter zu wachsen. Und sie dann mit der nächsten Investition 22 oder 24 Prozent Rendite bekommen, ja umso besser. Und das sind dann die Wachstumschancen, die wir suchen. Und das geht nur dann, wenn strukturelle Wettbewerbsvorteile da sind, die uns das ermöglichen, dass wir eben auch in Zukunft die Renditen der Vergangenheit erwirtschaften können. Weil nach hinten gucken, das kann jeder. Die Schwierigkeit ist, nach vorne zu überlegen, bleibt das stabil. Es hilft uns, wenn diese Firmen nur eine angemessene Verschuldung haben. Jetzt ist eine Firma wie eine Unilever, die sind sehr, sehr stabil von der Ertragssituation unterwegs. Weil man isst halt immer ganz gern mal so ein Magnum oder nimmt eben das Shampoo von denen oder die Seife und so weiter. Das ist sehr stabil, das Verhalten der Konsumenten. Die vertragen etwas mehr Verschuldung wie andere Firmen. Und das muss man eben für jede Firma überlegen, was ist denn da möglich. Es hilft, wenn die Firmenkultur besonders gut ist, um Talent anzuziehen, was diese Firma weiterentwickelt, um Innovationsleistungen zu erbringen. Und am liebsten haben wir das Ideal der familien- und eigentümergeführten Firmen. Das gilt auch für eine Microsoft und eine Amazon, selbst für eine Alphabet. Plötzlich war KI das Thema, da kommen die Gründer wieder zurück und nehmen das Heft in die Hand. Die sind immer noch da, die sind auch noch Mitaktionäre. Und dieses sich Kümmern um die Firmen ist selbst bei großen Konzernen möglich. Also eine gute Kultur findet sich dort halt häufig. Das ist wichtig, denn wir haben eine Innovationsgeschwindigkeit am Markt, wo es eben so ist, dass man sich anpassen muss an das, was eben tatsächlich in der Wirtschaft passiert. Denn als Konsumenten lieben wir das, aber als der Firmeninhaber hassen wir es. Der Wettbewerb wird immer versuchen, die tollen Kapitalrenditen, die wir haben, uns wegzunehmen und durch Innovationen sich so zu entwickeln, dass sie uns eben die Butter vom Brot nehmen. Damit das nicht so schnell passiert, gibt es diesen wirtschaftlichen Burggraben und die Idee, die wir dahinter haben, ich nehme jetzt mal sowas wie immaterielle Werte, ob das jetzt der Brandname ist. Eine Louis Vuitton kommt übrigens gerade richtig schön runter. Das ist ein ganz toller Luxuskonzern, auch Eigentümer geführt. Und es ist wunderbar, dass die Chinesen gerade einen Hänger haben, deswegen wird da nicht mehr so viel konsumiert. Unsere Chance, wenn das noch ein bisschen weiter rutscht, die Aktie zu kaufen. Und die Marken haben eben so eine Strahlkraft, wenn ich da in so einem Laden vorbeilaufe, die Leute stehen da alle Schlange. Das ist unvorstellbar. Und dann zahlen die Preise für die Produkte, die sind einfach so toll, dass die Kapitalrenditen, die ich bekomme, die sind wirklich satt. Und ich habe eben die Chance, die Preise immer zu erhöhen. Jedes Jahr. Ich brauche gar nicht so viel mehr Umsatz machen. Ich mache einfach eine Preiserhöhung, weil das gut so begehrlich ist, weil ich eben damit zeigen kann, was für ein toller Hengst ich bin, wenn ich so eine Tasche um die Hand habe. Das ist der Wahnsinn. Und solche Firmen, die können eben wirklich dann Kapitalrenditen auf viele Jahre erwirtschaften. Heute haben wir zum Beispiel SAP, gute Zahlen, Wechselkosten. Es ist halt sehr schwer, so ein ERP-System abzulösen. Deswegen SAP, wieder gute Zahlen, tolle Entwicklungen, nicht nur bei Microsoft. Es gibt natürlich auch Fallen, wo man darauf achten muss, was ist denn wirklich ein struktureller Wettbewerbsvorteil. Dieser Burggraben, der muss wirklich sicher abgeklopft werden, damit man auch einen hat und nicht nur davon träumt. Zum Beispiel ist Größe nicht immer psa. Das sind viele Firmenlenker, die machen Empire Building und denken, wenn ich groß bin, ist alles besser. Was uns interessiert ist, wie das pro Aktie aussieht. Wie sieht der Free Cashflow-Entwicklung pro Aktie jedes Jahr aus? Wenn er die Größe nur hinkriegt, indem er dauernd Kapitalerhöhungen macht und uns verwässert, schmeckt uns das nicht. All diese Aspekte muss man abklopfen. Und deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man diese Idee hat von Qualitätsaktien, von wunderbaren Firmen, sich mit jeder Firma einzeln beschäftigt und guckt, ob die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass in Zukunft die Entwicklung auch so ist wie in der Vergangenheit. Jetzt sind viele dieser Kriterien auch für Wachstumsaktien gegeben. Das Dilemma hier ist, bei Wachstumsaktien zahlen sie häufig zu viel fürs Wachstum. Das darf man nicht. Das wichtige Element der Sicherheitsmarge, das Prinzip Nummer eins, nicht zu viel zu zahlen, das gilt auch für diese wunderbaren Firmen. Sie müssen ein Konzept haben, wo sie sagen, ich kaufe diese wunderbaren Firmen, aber ich bin nicht bereit, jeden Preis dafür zu zahlen. Sie arbeiten mit der Sicherheitsmarge. Sie zahlen 60 Cent für 1 Euro wert. Das klappt bei diesen wunderbaren Firmen nicht immer. Manchmal müssen sie auch schon mit 30 Cent Abschlag zufrieden sein, weil eben der Markt so ist, dass sie sagen, Mensch, aber so eine gute Firma, die gebe ich so billig nicht her. Und das ist eben das Rezept, um zu sagen, wann ist diese Firma jetzt preiswert genug? Und da gibt es eben immer wieder Chancen, weil auch so eine gute Firma mal einen Hänger hat. Da gibt es Enttäuschungen und die kann man nutzen, um dann einzusteigen. Wie machen wir das Ganze? Wir haben Ideen, die kriegen wir eben, indem wir einfach screenen und schauen nach hohen Kapitalrenditen aus dem Netzwerk, aus den Zeitungen, indem wir einfach auf Konferenzen unterwegs sind, Firmen kennenlernen und dann wird das abgeklopft nach ESG-Kriterien. Dann geht es rein in unsere Hausaufgaben, dass wir wirklich ein sogenanntes Initial Research erstellen und dann in einer Wing-Lead-Situation ist ein Kollege, der den anderen herausfordert, so ähnlich wie bei Charlie und Warren Buffett auch, dass die sich gegenseitig eben anfeuern und sagen, hast du wirklich die Hausaufgaben gemacht, ist alles richtig? Und wenn die fertig sind, machen wir eine Gruppendiskussion. Wir haben nämlich festgestellt, dass die besten Teams tatsächlich über die Weisheit in der Gruppe noch mehr herausarbeiten und dann wird letzten Endes das Ganze entschieden, ist das gut genug für uns, kommt das auf die Watchliste und warten wir ganz gemütlich, bis uns das entgegenputzelt von der Bewertung. Weil man muss die Geduld haben, sonst kriege ich die, ich kann nicht dann einfach kaufen, nur weil ich jetzt entdeckt habe, das ist eine tolle Firma, die ist dann vielleicht immer noch zu teuer. Wir schalten eben die nicht nachhaltigen Geschäftsfelder aus, machen wir auch seit 2014 und das ist etwas, was wir einfach aus uns heraus entwickelt haben. Das ist mittlerweile auch von Brüssel gefordert, aber das ist etwas, was wir nicht erst seit gestern machen. So sieht das aus mit dem Risikoertragsprofil über unsere Fondspalette und jetzt zu den Ergebnissen, die wir erreichen. In unserem defensiveren Mandat, dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, haben wir letztes Jahr 9% gemacht. Wir sind dort eben nicht voll investiert, wir haben hier auch noch ein paar Nebenwerte drin, die haben letztes Jahr nicht so gut sich entwickelt. Die neuen modernen Value-Titel, die haben sich gut entwickelt. Da sind wir zufrieden. So sieht unsere Struktur aus. Wir haben zum Beispiel am Freitag von Sartorius steht im Biotech unsere Nummer 1 im Portfolio, kommen die Zahlen. Und ich kann Ihnen nicht sagen, ob das jetzt schon der sogenannte Clearing-Event wird. Diese Firma ist fantastisch aufgestellt, ist eine der besten wunderbaren Firmen. Die haben in den bis zur Corona-Krise 28% Ertrag pro Jahr für zehn Jahre, Jahr für Jahr hintereinander im Durchschnitt erwirtschaftet. Und jetzt waren die im Covid nochmal gehypt. Und jetzt ist eben dieser Covid-Enttäuschung, dass nicht mehr so viel getestet wird. Es wird nicht mehr so viel gemacht und das hat bei denen zu einem richtig dramatischen Kursrückgang geführt. Jetzt könnten wir die Position aufbauen. Es kann sein, dass ich nur ein halbes Jahr zu früh bin, aber das ist eben genau so eine Chance, die man nutzen muss, wenn eben jetzt nach diesem Capital Markets Day, die werden die Guidance bringen für die nächsten drei oder fünf Jahre, kann gut sein, dass die Leute dann schon sagen, oh, das ist doch so gut. Denn der Markt bei denen wächst mit 15 bis 20% pro Jahr in dieser, die sind so eine Art Spitzhacke und Schaufel für die Bio-Pharma-Revolution. Die Score ist das Gegenteil. Sehr, sehr guter Rückversicherer aus Frankreich. KGV 7 bis 8 und ungefähr 10% kriegen wir, indem Aktienrückkäufe und Dividenden uns zufließen pro Jahr. Und andere Titel, die da drin sind, finden Sie auch auf unserer Homepage, unserem Blog, wo Sie nochmal verstehen, wie unser Investment Case ist, den der Heiko Böhmer für uns schön schreibt. Wichtig dabei ist, wir versuchen, die Volatilität zu reduzieren. Das machen wir einmal durch die Titelselektion und zum anderen, dass wir tendenziell auch immer mal eine Cash-Position haben, damit, falls mal Fukushima wieder passiert, das passiert ja auch mal, dass irgend so ein externer Event kommt, wir dann kaufen können, wenn es ratsam ist, nachzukaufen. Wir filtern aus diesen vielen Aktien, sind wir sehr rigoros, wir nehmen gar nicht so viel auf unsere Watchlist auf. Brauchen wir auch gar nicht. Wir brauchen relativ wenig Ideen und die müssen verdammt gut sein. Und dort möglichst wenig Fehler machen, das ist das Ziel dabei. Dann kommen wir da zu den Freelunch mit Ihnen teilen zu können. Wenn Sie auf unseren ETF gucken, wo wir das in Reinkultur machen, also wenn Sie sagen, ich möchte 100% im Aktienmarkt sein, das sind diese 25 Titel und die bringen Ihnen dann eben diese schönen Kapitalrenditen und das Wachstum dabei und die Möglichkeit eben zu sagen, voll investiert in einem ETF, finden Sie in unserem Frankfurter Modern Value perfekt umgesetzt. Was passiert da und wie haben wir das gemacht in der Vergangenheit? Wir haben eben immer wieder neue Titel aufgenommen, aber dann ist auch gar nicht so viel, was sich dort unter der Haube dreht. Wir haben eine Money-Management-Philosophie etabliert, wo wir das quartalsweise Rebalancing so machen, dass wir sagen, die, die besonders nach oben gelaufen sind, da nehmen wir Gewinne mit und dann wird alles wieder auf 4% angepasst. Wie hat sich das in der Vergangenheit ergeben? Zum Beispiel, nehmen wir mal Adobe, ist eben wirklich wunderbar gestiegen und haben wir gesagt, wird wieder rebalanced und das Geld wird bei den anderen, die nicht so gut gelaufen sind, reinvestiert und wir bringen die wieder auf 4% und damit habe ich eben so eine gewisse Gewinn-Mitnahme-Philosophie drin und ich nehme wieder ein bisschen mehr Value bei jedem Rebalancing quartalsweise auf. Also jedes Quartal die 25 Titel wieder zurück auf 4% und dann können die sich wieder weiterentwickeln. Das ist jetzt die Entwicklung im letzten Jahr. Das ist eine wunderschöne Entwicklung. Was mir viel wichtiger ist, auch wenn das zu dem Zeitpunkt der Auflage des Index, da war es noch nicht investierbar, es war schwierig, diesen ETF als Boutique zu starten. Seit Auflage sind wir bei 15% im Durchschnitt und das ist der Erwartungswert, den ich eben mit diesen wunderbaren Firmen auch für realistisch halte. Auf lange Zeit kommen sie auf zweistellige Performance mit diesem Free-Lunch-Konzept und das wollen wir auch in Zukunft leisten. So sieht jetzt das aktuelle Portfolio zum Ende des Jahres aus, aber wenn Sie es genau wissen wollen, wie bei jedem ETF, sehen Sie jeden Tag, wie das Ding denn dasteht. Hier sehen Sie auch nochmal diese Gesamtentwicklung anhand unserer Modern-Value-Philosophie, wo wir seit Auflage, wobei eben erst seit dem Investierbaren das realisiert werden konnte, aber der Index hat es auch vorher schon gemacht, Sie kommen in etwa so auf die mittlere 10% mit diesem Konzept. Ich komme jetzt schon dazu, Ihnen einfach nochmal die Zusammenfassung mitzugeben. Wir haben eine Riesenchance, dadurch, dass Menschen dieses Impuls, das impulshafte Zockerverhalten haben, diese Lotteriewunsch, unbedingt schnell reich zu werden, das ist das Rezept für unterdurchschnittliche Renditen. Das ist nicht das Rezept, das ist der Einzelne, der kann das Lotterie gewinnen, die gibt es ja, deswegen ist es ja so verlockend. Aber im Durchschnitt schafft es keiner, das ist halt so. Im Durchschnitt gehen Sie mit niedriger Rendite nach Hause. Das muss man einfach realisieren. Und wer dann sagt, ich verhalte mich rational, der kann ja meinetwegen immer noch Lotto spielen, aber bitte doch nicht in der Börse. Da sollte man investieren und langfristig gehen. Und deswegen achten wir auf diese wunderbaren Firmen, auf Qualitätsaktien, die eine hohe Bruttomarge haben. Der Ausgangspunkt für diese Wertschöpfung und die hohen Free Cashflows, die tollen Kapitalrenditen, diesen Zinseszinseffekt für sich arbeiten zu lassen, das ist das Ziel dabei. Sie müssen eine gewisse Streuung haben, weil manche Firma hat wegen externen Schocks doch eine Innovation, irgendwas, was sie übersehen haben, wo wir einen Fehler gemacht haben, läuft auch mal ein oder zwei Firmen nicht so gut. Aber das Aggregat, Sie haben so viele Dinger, die gut laufen und das ist eben das, wo Sie diesen Zinseszinseffekt für sich arbeiten lassen können. Sie dürfen nicht das Value-Investing-Prinzip Nummer eins ignorieren. Dann wären wir nämlich ein Wachstumsfonds. Sind wir nicht. Wir bleiben im Value-Investing. Die Sicherheitsmarge zählt. Sie müssen Ihrer Linie treu bleiben, dass Sie weniger zahlen, als diese Firma wert ist. Am besten eben 40 Prozent weniger. Und wenn Ihnen das gelingt, haben Sie auch nach unten nicht so große Volatilität, was ja auch unser Ziel ist. Wir wollen die Schwankungen begrenzen. Es ist so, dass ich in der Zeit von mehr Inflation davor warnen muss. Unprofitable Growth wird am meisten abgestraft. In der Zeit der 70er Jahre, wenn es wirklich so sein sollte, dass wir wieder in ein höheres Inflationsumfeld kommen und das kann durchaus drohen, war das Schlimmste, was man machen konnte, in Unprofitable Growth gehen. Alles, was Wachstumsaktien war, wurde geschlachtet. Minus 80 Prozent. Das ist richtig bitterböse. Also da müssen Sie echt aufpassen, weil eben, wenn es Zinsen gibt, dann sind eben die, die keinen Free Cashflow haben, besonders betroffen. Deswegen ist dieser, das Plädoyer ist nicht nur eins für Value-Investing, sondern besonders für dieses moderne Value-Spektrum, die Qualitätsaktien. Es ist so, es gibt ein Aber und damit möchte ich Sie dann auch langsam in Ihren verdienten Lunch, in den Freelunch entlassen. Das Aber ist, diese wunderschöne Performance, die gibt es nur, wenn Sie Geduld mitbringen und den Impuls des Zocken den anderen überlassen. Sie müssen langfristig investieren in dieses Thema. Ansonsten können Sie nicht davon profitieren, weil einfach das sonst nicht zu erleben ist. Wenn man eben nur 15 Prozent in Anführungsstrichen und nicht 150 Prozent im Jahr bekommt, dann dauert das halt etwas länger. Sie brauchen die Geduld. Das ist aber auch das einzige Aber, das Sie mit diesem Investmentstil ertragen müssen. Es gibt morgen auch noch Freelunch, aber nicht nur hier, sondern auch bei uns unten im Jazz Club, wo ich auch nochmal ein bisschen in der Panel-Discussion, in das Thema, was ist eigentlich am Markt los? Elemente wie, was bedeutet künstliche Intelligenz an Unternehmensgewinn? Warum bin ich eigentlich gar nicht so skeptisch für die Entwicklung dieses Jahr? Wie sieht es im Zinsumfeld aus? Wir werden alle Themen durchgehen. Vielleicht findet der eine oder andere noch den Weg dazu. Da diskutiere ich mit meinen Kollegen hier, meinen befreundeten Wettbewerbern, was da sonst so los ist am Markt. Ansonsten lade ich Sie herzlich ein, unsere Social Media zu nutzen. Abonnieren Sie unsere YouTube-Kanäle. Schauen Sie, was mein Kollege Endred macht oder der Heiko in seinem Blog und verfolgen Sie diese wunderbaren Firmen und unsere Meinungen dazu in den sozialen Medien. Sie finden uns hier auch am Stand 71. Wie gesagt, ich habe hier auch die Socke an. Das ist hier eine Pac-Man-Socke. Das können Sie gewinnen. Am Stand gibt es noch mehr. Sie können auch einen ETF-Anteil, wenn Sie es schaffen. Pac-Man können Sie dort am Stand bei uns zocken und nicht eben im Falschzocken mit investieren. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Vielen Dank, dass Sie mir so gut zugehört haben und einen guten Appetit wünsche ich. Vielen Dank. Applaus